Wir sind wieder zurück bei einer wunderbaren Folge von Let's Play TTT und heute gibt's Wasserwelt, ne? Ja! Endlich mal wieder! Endlich mal wieder! Die Welt war alle, da gibt's heute Wasserwelt. Wasserwelt, ey! Cola-Welt durf man wegen Copyrights machen. Dieses Blubblast ist immer am Anfang, ne? Das ist immer am Anfang gespeichert. Hä, ich kenn das gar nicht. Was kennst du das? Ich glaub, irgendwas hast du da reingemacht, Paden. Ne, nein. Paden, was ist das? Was soll das, Paden? Paden war das. Was denn, was denn, was denn, was denn? Ich bin Traitor, ich bin Traitor! Es blubbert am Anfang so, blum, blum, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das... Hast du gerade noch nie geschossen? Ich hab geschossen. Hey, nein! Was soll das? Einfach so. Achso. Jetzt wär er wieder tot. Jetzt wär er noch mal tot. Und wieder tot. Äh, oh, falsch. Ey, lass die Scheibe drüber. Nein! Das will ich ja haben. Scheiße. Ubi, ich hab auch Gefülle. Was mach ich denn hier? Gefülle! Toi! Ich hab auch Gefülle! Gefülle! So Leute, da wären wir mal wieder her, ne? Bei unserer Lieblingsmap. Oh, dann macht man euren Scheiß alleine. Ich verpiesel mich jetzt. Alles wasser wollt. Ey! Alles wasser wollt. Lieber, lieber Herr Thomas. Oh, schon wieder innocent, ja. Ubi, ist es. Ähm, eine, eine Sache. Wir könnten ja noch mal erwähnen, wie das ist mit den, dass wenn wir jemanden dazu holen, wir ab und zu mal Gäste dazu holen, weil das war das einzige, was wir ja nicht angesprochen haben, was aber unter deinen ersten Folgen oben angepinnt ist, ne? Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Damit die Kommentare machen. Also, wir spielen erstmal in der üblichen Besetzung, wie wir auch schon DVD gespielt haben, die Leute, die das nicht gesehen haben und deswegen hier bei TTT gelandet sind. Schaut euch doch einfach mal die DVD-Playlist an und dann wisst ihr warum, also bei jedem von uns natürlich. Und dann wisst ihr genau, warum wir uns entschieden haben erstmal zuvier zu spielen, weil wir einfach so geil sind. Ja. Wir finden uns auch gegenseitig so geil. Oh, das hast du schön gesagt. Und wir haben uns auch im Swingerclub kennengelernt, alle. Und bitte keine Vorschläge so mit den, es waren so viele vor, spiel mit, in der ersten Folge schon, spiel mit denen, spiel mit denen, spiel mit denen, man möchte sich das ja schon als Gast selber aussuchen können, weil die Chemie halt einfach ausstimmen muss, weißt du? Das ist, das steht ja, das konntest du noch so oft in die Kommentare schreiben, die Leute, die haben einfach so... Also, ich bin einfach mal dafür, dass wir vielleicht Jogi Löw einfach mal einladen. Ja, das... Jogi wer? Jogi Löw? Jogi Löw? Ja, der hat's auch drauf, der spielt auch selber TKT viel zuhause. Ja, der riecht doch immer an seine Eier. Hä? Was? Ähm. 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 Hä, Curry ist tot? How? How? How did this happen? How? How? Na, hör doch auf, Tobis das Alter. How? Wow, welche überzeugende Darbietung, lieber Tobi. Der hier irgendwo bei dem Traitorraum war. Hä? Ist das wieder so weit? Hier gibt's doch keinen Traitorraum. Ist das wieder so weit? Erik, ich schieß dich ab. Tobi, ich schieß dich ab. Äh, oder? Es ist Pan. Äh, Leute. Aber ich bin zu einer Pro nicht. Die Pan hat ja bestätigt, das... Wobei, das macht sie ja eigentlich nicht unschuldig, ne? Äh, ich bin einfach... Ich hab erstmal Fersengeld gegeben. Sie hätte auch die Leiche einfach nur... Naja, weil du in den Traitorraum bist. Sie hätte ja nur umbringen können und einfach die Leiche durchsuchen. Also ich bin zu natürlich. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, die Leiche dann zu durchsuchen. Was geht mit dir ab? Also es kann eigentlich so der Erik sein, ne? Hä? Ich könnte... Natürlich könnte ich sein. Ach, weißt du was? Komm. Lassen wir das Spielchen mal zwischen euch beiden jetzt. Oh, die Pan. Oh, Pan. Oh, Pan. Oh, Pan. Oh, Pan. Oh, Pan. Lässt du jetzt das Wasser ab, oder was? Hä? Wat? Wie soll ich denn hier das Wasser ablassen? Bist du doof? Hä, Pan? Warum lacht die jetzt so? Ja, ne? Ja. Warte, Tobi. Was kann ich dazu auf mich zu ziehen? Ich hab gesagt... Ah! Tobi, hör auf damit! Was soll die Scheiße? Hör auf damit! Du bist voll das Arsch, ey. Hör auf damit jetzt. Mach keinen Scheiß. Bist du nervös, oder wat? Hm, Pan? Wer ist das? Ja, komm, ich rutsch jetzt. Ey. Scheiße. Ah, ich rutsche! Tschüss! What war das denn gerade? Guiii! Mäh, Alter. So. Ah! Yeah, Pan. Tut mir leid. Was war das denn gerade? Ich dachte, ich hätte jetzt vorhin den Plan. So Curry durchsuchen, dann ne? Und oh, nein. Scheiße. Und ich dachte grad... Ich dachte grad... Dann kann ich schön sagen, hä? Ich bin doch nicht doof. Boah! Ich hab keine Muni mehr, ey. Das war von ungefähr mal... Aber hey, ich bin schon voll am lernen. Du musst doch mit der Pan, musst du eigentlich noch alles das Wort mit ihr reden, weil die schmeißt es einfach so mit Babys. Ja, das war eine Notentwicklung. Das war so eine Gartenentwicklung. Tobi! Tobi! Wenn du wüsstest! Einfach nur! Wenn du... Tobi, ey! Ich hoffe, du wüsstest nie erfahren. Tobi, möchtest du mal bei uns übernachten? Was denn? So in nächster... In nächster Zeit, wa? Jetzt hab ich auch noch mehr Angst. Jetzt hab ich auch noch mehr Angst. So irgendwie. Komm, du weißt genau... Ich möchte Tobi einfach... Ich möchte Tobis bleiches, geschocktes Gesicht sehen und wenn möglich noch mit ein bisschen Kotze so zwischen dem Mund weg. Im Zusammenhang ist das sehr... Im Zusammenhang ist das übrigens sehr komisch. Interessant. In welchem Zusammenhang? Ich denk vorhin nicht zweideutig. Du musst das vielleicht ein bisschen mehr erläutern, was du damit überhaupt meinst. Ne, will ich ja nicht. Ich... Ne, ich nehm das nicht vorweg. Ich nehm das nicht vorweg. Es ist was Schönes. Es ist was... Es ist was Schönes eigentlich. Ja. Könnte man sagen. Also ich bin übrigens nicht... Nicht schwanger, falls ich dir das Gerücht aufkomme. Aber es hat was mit Babysippen. Ach, ein Disco... Disco-Bombo. Entschuldigung. Disco-Bombolator. Ach, ja. Ich geh jetzt in den Traitor-Raum. Hui! Okay, Fun. Bringst du noch was mit? Ja, was willst du denn? Pommes und eine Cola? Kleine Cola wär ganz gut. Okay, wär super. Warte. Bi-dip. Ach, ist zu heute. Traitor-Raum hat Feierabend. Pan wollte gerade in den Traitor-Raum gehen. Ja, wollte ich... Warum geht der denn... Die Tür war von runter gefahren. Pan ist es. Warum geht der denn nicht auf? Es lasst mich doch mal hier rein. Pan erschießen, Tobi. Wir müssen Pan erschießen, komm. Okay, der erschießt sie. Hey, hey, hey! Boah, Alter. Ich wollte hier oben drüber schießen. Ähm, Curry? Ich wollte hier oben drüber schießen. Ich hab extra nach oben gezielt. Was war das? Ey, hör auf! Du hast mich vorhin im Hintergrund erschossen. Ja, du brauchst die ganze... Was war das jetzt gerade, Curry? Ja, ich wollte hier noch umrechnen. Hast du angekündigt oder was? Nee. Ich hab Angst, soll immer eine Ankündigung und dann töten die mich. Ich bin hier weg. Nein, ich töte dich nicht. Curry. Ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Es sind ja alle da. Ja, sie... Ich wollte dich nicht abverleihen. Warte, mein... Vor allem, ich wusste, dass der Tobi mal gelaufen ist. Dein was? Ich weiß nicht. Nehmen wir das nicht, Wipponkanz juckt. Tobi? Du ziehst ja auch mich. Freu sie nicht. Dieses Bild ist so doof. Wie du dir... Wie du dir freust. Wie du dich freust. Hm? Hm? Ich verpiesel mich. Wir müssen uns aufteilen, sonst wird da nix. Sag mal... Tobi? Ist das... Ich... Okay. Ich bin im Wasser! Oh, Traitor mach... Boah, geil. Lieber Traitor, mach bitte nicht das Wasser zu. Ich bin nämlich hier drin. Oh nein! Oh nein! Oh, Hilfe! Oh, ich werde sterben, wenn jemand jetzt in den Traitor-Raum geht von euch. Oh nein! Oh, ich komm wieder raus. Einfach so? Das ist schon das zweite Mal, dass der diese Brandgranate auf uns wirft. Auf niemanden habe ich... Der Curry... Der Curry hat gerade auf mich geschossen, will ich nur nochmal sagen. Ich habe gerade im Visier. Also, der Curry macht sich sehr verdächtig gerade. Das ist sehr verdächtig. Ich bin trotzdem mit dem Tobi-Nator gelaufen und ich wusste, dass der Tobi bei mir ist. Und deswegen hast du die Brandgranate geworfen. Nein, nein! Deswegen hätte ich so niemals auf die Paaren geschossen, wenn ich die erschießen hätte möchten. Das wäre doch sinnvoll. Hätte, möchte. Hm. Das ist eine neue Taktik von dir. Ja. Ja, okay. Offensichtlich... Alles klar? Das war der Erik. Was? Ich bin hier hinten gerade. Ich habe niemanden gekillt. Hä? Ich stehe hier hinten gerade. Warte, hör dich. Du hast die Waffe gewechselt. Bist du scheiße? Ich stand da hinten und bin voll unschuldig. Wie es bis zum Schluss immer noch durchzieht, seit es schon tot ist, ey. Was soll das denn? Boah. Hier. Tobi war es. Das habe ich gesehen. Tobi ist Traitor. Tobi ist Traitor. Da. Was ist mit dir los? Oh, da glaube ich. Nur bei mir so ein Baby aus der Vagina flutscht. Oh Mann. Was ist denn los? Was ist denn los? Was stimmt denn nicht mit dir? Richtige Emma, ey. Wieso? Hä? Hast du was gegen das Wunder der Geburt? Hast du Menschheit so sehr, Pan? Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh, ich muss finken. Ey, was das war nicht. Ich, I can't. Hörst du mal auf jetzt? Nein. Ey, ey, ey. Oh. Ähm. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ähm, Moment. Das wollte ich nicht. Das war gerade noch Preparing, Alter. Das war doch gerade alles noch Preparing. Das habe ich nicht gewollt. Du Arsch. Hast du wieder dein angekündigt gemacht, oder was? Wir haben gerade ein Preparing gegenseitig auf uns geschossen. Curry, nein. Wir kriegen die letzte Runde, weil er mich umgebracht hat. Curry, why? Curry, es tut mir so leid. Alter, Curry, es tut mir leid. Das wollte ich wirklich. Komm mit mir mit, Curry. Komm, ich geh. Ey, Pran. Nein. Wir machen jetzt Traitor-Tester hier. Komm, geh mal an die Wand und drück rechte Maus, sagst du. Ah, clever. War das nicht so auf den... Äh, warte mal, ich mach. Ne, Pran, mach einfach. So. Okay. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir es wieder gemacht. So, tschüss, Leute. Ich bin mal weg. Äh, ja, ja. Ich dachte bis gerade noch, ich wäre Traitor gewesen. Aber jetzt bin ich dann doch keiner. Aber ist das dein Ernst? Hä? Was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Alter, da hat der auch noch Glück und ist Traitor, ne? Ist das dein Ernst? Was? Ich wollte den Karima wirklich nicht umbringen. Er steht da mit seiner riesen Wumme in dem... Nein! Ich wollte gerade noch... Ich dachte, ihr beide geht jetzt lang, da kann ich bequem von hinten so auf euch zählen. Alter, das geht doch nicht, ey. Du warst echt... Was bist du denn für ein Arscher geworden? Ich wusste doch nicht, dass ich Traitor wäre. Das wusste ich wirklich nicht. Das ist echt so ein... Zweimal hintereinander, was bist du denn für ein Arsch? Und dann ist der Traitor, Alter. Das ist echt... Das ist unsere Lieblings-Map hier. Ich hab was geklaut. Er steht doch immer mit dem Okulyten neben mir, ey. Das wusste ich schon. Ich wusste aber nicht, dass ich Traitor wäre. Ganz ehrlich, ey, das... Also, ne. So, nochmal schnell auf jemanden schießen. Kann man denn nur so ein Schwein haben, echt? Mann! Jetzt bin ich aber wirklich innocent. Ja, ich auch. Schon wieder. Ich bin auf der Map hier nie Traitor irgendwie. Ich hab keinen Bock mehr. Mann! Ja? Bist du innocent? Ja. Ich will manchmal sagen... Ich will manchmal sagen, deine Mutter ist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Komm, lauf. Aber ich trau mich nicht. Ich denk dann immer, dann ist jemand von irgendwie... Habt ihr irgendwelche Geschichten dahinter und ich beleidige euch dann. Das ist doof. Do you know what I mean? Pan? Ja. Äh, ja. Wo gehst du hin? Äh, ja. Dobi bleibt stehen. Warte mal. Darf man nicht mehr da oben drauf und sich schützen? Nee. Ich rutsch jetzt. Okay, dann nicht. Nur wenn ich das mache. Wieso wird eigentlich niemand anders verdächtig, wenn er da hochgeht? Hindern mich doch. Ich rutsche jetzt. Hindern mich doch. Feige! 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 Okay, ich rutsche auf. Ich rutsche euch doch. Das geht mal gar nicht, ey. Jetzt will ich... Ich will zuvor... Jetzt bin ich ja voll... Ein bisschen laut, wa? Häussliche Gewalt. So, ich geh jetzt nach oben, ich kündige es an. Ich will nicht rutschen. Ich bin innocent und rutsche jetzt. Komm, ab geht's. Drunk ist es. Du, 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 du... Lass mich durch, ich rutsche jetzt. Ist mir jetzt egal. Ich nutze jetzt... Hier kommt keiner durch! Ja, schade, dann bleib ich hier. Oh. Scheiße. Du bist der Wachmann, ey. Ich darf nur mal rutschen. Ja, mach ich jetzt auch. Ey, Traitor-Tester sind voll tabu, man, Leute. Oh, mir ist es grad egal. Ey, hör auf. Ach, Mann, Alter. Curry. Was? Natürlich rutschlich umgedreht, ist doch klar. Wolltest du mir grad einen Rücken schießen? Was zur Hölle? Ich wollte einfach, dass das Geräusch nicht kommt. Ach so. Das hat aber nicht so gut geklappt. Ja, ich dachte, das funktioniert. Hey, guck mal, hier ist eine Map für den Tobi. Wissen wir das jetzt auch? Ne, was wollt ihr machen? Sucht euch eine Map aus. Was? Ich weiß es nicht. Was? Ja, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich so unsicher. Nein, was mach ich jetzt? Nein, was mach ich jetzt? No! Entschuldigung. Ey, das ist doch scheiße, ey. Mann! Toll, ich dachte, wir stimmen hier demokratisch ab. Ja, na klar. Prost. Ach, Prost, ey. Die Waterworld ist echt eine meiner Lieblingswege. Aber wir sollten wirklich in den Traitor-Tester einfach mal sein lassen. Ja, ich werde nicht. Ist irgendwie so doof. Ja, aber es wäre jetzt cool gewesen, wenn jetzt kein Geräusch gekommen wäre. Das stimmt. Das stimmt. Ah, hier. Fettladen, Alter! Fettladen, Alter! Fettladen, Alter! Fettladen! 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 Bei mir ist Curry gerade auf dem Bild. Bei mir ist auch Curry. Auf, mit Bettwäsche. Das letzte Bild. Und ein bisschen Quincy. Das letzte Bild ist das Beste, aber da kommen wir halt nie zu. Von Curry. Nee, der lädt aber viel zu schnell. Ja, ich muss da so random irgendwie, dass das random anfängt. Der Tobi ist so schön. Ah, so. Bei mir ist der jetzt immer noch Curry. Ah, jetzt ist Tobi. Willkommen zu der Jungfernfahrt, Jungs und Mädels. Tobi, da ist dein Auftritt. Tobi, dann hauen wir raus, ne? Ich kann aber leider nicht. Ah, da hinten ist der Eisberg. Oh, das ist ja bitter, die Map. Tobi, lass uns vorne hinstellen, komm. Hey, was ist das? Du hast da was verloren. Wo seid ihr denn? Äh, Tobi? Ja? Was soll das? Ich bin Traitor. Ich bin gar nicht so sicher. Hä? Happy Preparing, es steht auf Null und es passiert nichts. Ähm. Nee, bei mir ist Preparing 30 gerade. Ah, jetzt, jetzt. Oh, hier oben ist es schön. Oh, my heart will go on. Bitte. Nein, ich verloge. Oh Gott, geh weg. Der Vorderteil ist schon unter Wasser. Was? Was? Vorne ist schon untergegangen. Wo denn? Frau Tobi ist zuerst. Frau Tobi zuerst. Rettet uns. Rettet uns. Was ist das? Rettet uns. Oh nein. Wo seid ihr denn alle? Wie komme ich denn zu euch? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin hier irgendwo verloren. Rettet uns. Rettet uns. Ich bin innocent, aber ich bin irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich hin bin. Okay, die Boote kommen in 18 Stunden. In 18 Stunden. So lange, so lange geht die Map. Ne, haben wir hier auch keine Waffen. Das wäre voll kotig. Also ich habe eine Waffe. Ja, ja, ich habe auch eine Waffe. Hä, wo habt ihr denn gesehen, dass der Teil da irgendwie Wasser ist? Tobi, willst du einen Schrotwind haben? Dieser Teil hier nicht. Hä, woher komme ich denn zu euch? Ja, wenn du einen hast. Hä, ganz nach oben einfach. Warte. Ähm. Tobi ist es. Nein. Tobi. Ähm. Du kommst immer aus so einer Ecke gekrochen. Wie ist das? Das ist unfassbar. Oh, jetzt sehe ich das mit dem Wasser. Oh Mann. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Wie so ein Pickel am Arsch kommt der um die Ecke. Wenn ich dich rieche, dann bin ich halt direkt bei dir. Ist halt so. Da flog gerade was vom Himmel. Ach, diese Dinger hier fliegen vom Himmel. Hä? Bitte was? Diese Koffer, die hier rumliegen. So himmlisch Joghurt leicht. Sind da Waffen drin oder was? Waffen sind da drin. Die Koffer, die hier rumliegen, die fliegen vom Himmel. Ne, das sind keine Waffen. Die Türen gehen aber nicht auf, ne? Diese Bull-Augentüren. Nicht alle. Nicht alle. Nicht alle. Manche gehen auf, manche nicht. Ne, es sollte doch mal durch was die Maps machen. Ja. Geht das Schiff immer weiter unter Wasser? Ne, ne. Okay. Das fände ich eigentlich hier ganz interessant. Ah, da. Das wäre ganz geil, aber es geht leider nicht. Das ist natürlich schade. Waffe gefunden! Ich glaube, die Pan ist es jetzt. Ich habe Waffe gefunden! Ich bin mal der Pan. Ich bin mal der Pan. Der Pan ist es. Der Pan ist es. Huch. Da, ja bitte. Ah, ich will sehen, ich will sehen. Was denn? Ich habe einen Hammer gefunden. Ah, da oben. Kannst du denn nur... Ich hätte den ganzen Hammer mitnehmen und dann jemanden... Ich will da vorne was machen. Ich will da... Wie komme ich denn hier runter? Wie komme ich denn hier runter? Mach doch mal Gunter. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Wie schön. Geht nicht auf. Hey Freunde, lasst uns zusammen ein Boot fallen. Hä? Ich krieg das ziemlich... Mann, ich habe einen Schaden vor der Tür gekriegt. Hi. Curry zieht auf mich. Also, läuft hinter mir. Oh ne. Das ist die Gewohnheit einfach. Ich finde nur Munition, aber keine Waffe. Was ist das? Ich habe einen gefunden. Curry ist immer noch bei mir. Geht die nicht auf? Ne. Okay. Oh, schade. Das ist ja schade. Hier geht nichts auf. Oh, genau. Oh, die geht auf. Ich glaube, ich kann das Boot fahren. Ich fahre jetzt... Ich fahre jetzt... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Geht's doch sonst nirgends lang? My heart... We go... We go... We go... We go... Alleine. Traurig. Das Wasser ist so kalt. Hi. Hast du Curry schon wieder? Ja, ich kann leider nichts machen. Ja. Warte. Ich dachte... Was ist das? Fahren, bist du jetzt da drüber? Bist du gerade am Steuerrad? Ja, ja, hier. Ich glaube, da kommt man nie wieder weg. Was? Also ich war da letzte Folge mit... Ey, das ist das erste Teil der... Natürlich komme ich hier weg. Was willst du von mir? Ne. Hä, wieso sollte ich dann hier nicht wegkommen? Hä, wieso ist da ein Steuerrad? Kann man das hier fahren oder was? Ja, dachte ich ja auch. Tobi hat auf mich geschossen. Hä, ich habe auf die Koffer geschossen. Ja, dann wissen wir ja, wer es ist. Was ist da denn los? Dann wissen wir ja, wer es ist. Der Fahren, der Erik ist es. Hä? Ja, Bullshit. Alter, wie soll ich denn die Waffe sonst gewechselt haben? Du bist das, Junge. Mist, ich habe keine Ahnung mehr. Wer stand denn hier vorne auf der Seite vom Schiff? Komm. Schieß auf mich. Ich bin bei dir hier. Alles gut, alles gut. Schieß auf mich. Wo bist du? Ich schieß doch nicht auf dich. Ich bin ja nicht Traitor. Ihr seid die beiden einzigen, die da vor... Curry, wo kommst du gerade her? Hä? Ich kam hier gerade rechts runtergelaufen. Hier. Bei der Treppe. Okay, der Erik ist tot. Ja, dann kommst du aber auch von der Seite. Wie der Erik ist. Ich war das nicht. Pan oder Curry. Wie Pan oder Curry. Der Erik ist tot, Pan oder Curry. Tobi, du weißt schon, dass es die ganze Zeit da vorne am Steuerrad gerade war, ne? Dann ist es Curry. Nein, ich bin's nicht. Dann muss es Curry sein. Ich war ja beim Erik. Ich habe den nicht erschossen. Hey, wieso kann es Pan denn nicht sein? Ich bin's nicht. Ja, im Steuerrad war. Macht doch Sinn, oder nicht? Ernsthaft, Pan. Scheiße. Mann, du Sau. Warum muss es Curry sein? Tobi erschossen mit dir, ey. Die kleine Drecksau. Die kleine Drecksau. Boah. Sei leise. Sei leise. Ich fliege jetzt in den Himmel, Freunde. Ich fliege in den Himmel. Mach das gut. Man, ey. Hast du auch gesehen, wie der Tobi gesagt hat, dass die halb am untergehen ist? Jetzt bin ich hier auch auf den untergehenden Teil. Der vorne halt. Oh mein Gott. Ach so. Ah, so unangenehm. Oh, so unangenehm. Tobi, sing doch mal. Das war diese Türen. Und jetzt ist das so ein bisschen. Oh. Hey. Was denn? Mach Werbung für deine garen Videos. Was denn? Hilfe. Super. Oh, putz da hoch. Ja unbedingt, hier ist ne Klappe irgendwo, da müsst ihr aufpassen, stellt euch da niemals drauf, die fliegt weg, dann seid ihr tot. Schalterklappe oder was? Nein, das war einfach ne Tasse, da war ich vor der Runde jetzt, bevor die angefangen hat. Boah, krass. Ich bin da gerade gestorben. Hab ich schon erwähnt, dass ich innocent bin, nur mal so am Rande. Ja, ja, schön für dich. Weil, wie immer... Und hier liegen tatsächlich noch Waffen hier unten drunter. Ich schwimm hier grad... Oh, ist das unangenehm, ey. Irgendwie ist das unangenehm, das war beim Film... Ihhh, ach das gehört zum Boot! Huh! Hä? Oh, Pan! Guck mal! Hilf mir! Hilf mir! Rette mich! Okay, warte. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ach, Quatsch! Oh, wie gemein! Was denn? Wie kommst du denn jetzt wieder runter? Man kann da auch hier unten drunter liegen, auch Granaten und so zum Aufsammeln im Wasser, aber das ist super unangenehm hier. Ey, ey, ey! Oh, da vorne liegt was! Hey, solltest du da sein, Pan? Warte mal. Warte, Pan, bleib da oben, ich mach Feuerwerk! Hier auf die... Warte, Pan! Ja, ja, ja! Ich hol Hilfe! Hui! Hu! Hu! Ah! Rettet uns! Ah! Ne, äh, hier ist ein Ball... Nicht ein Maikon, ich weiß jetzt gerade nicht wie das heißt, Entschuldigung. Äh, hier direkt bei mir und da ist eine Waffe mit Schalldämpfer und Munition. Und ich will hier vor... Okay, ich glaub, da soll man nicht hin, oder? Was wär das? Was war das gerade für'n Geräusch? Ich glaub, da soll man nicht hin. Ich kann doch mal Feuerwerk machen. Hilfe! Mit'n Schalldämpfer? Hu! Ja, da liegt eine mit'n Schalldämpfer. Aber die liegt da halt hinter dem... Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Hallo? Könnt ihr die Tür mal auf... Ey, hör auf! Die Tür. Alter Maul! Tobi, hör auf, Mann! Tobi! Man muss doch da reinkommen. Hier! Curry's Traitor hat grad Tobi erschossen. Voll nicht, Alter. Echt jetzt? Ja. Voll nicht. Dann werd ich mich mal hier rein verpieseln. Obwohl ich gerne mal da rein... Hu! Hu! Was denn? Was? Erich! Wo bist du? Curry, das war nicht nett. Ich hab den... Ich hab niemanden getötet. Ich bin ganz lieb. Ich hab niemanden... Das klingt mega glaubwürdig auch. Ich schwör auf alles. Das klingt voll glaubwürdig. Du hast jetzt... 2,5 Minuten Zeit mich zu finden, Curry. Warte mal! Stopp! Stopp! Ich bin... Mann! Warum ist das immer so laut, ey? Was hat's denn vor? Was hat's denn vor? Ich wollt fliegen, aber das... Jedemal aus. Die Map... Die Map ist schon echt cool, ne? Was ist das denn? Genau neben dir gefallen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was denn? Moment mal, ich hab gesehen, wo das ist. Ich bin jetzt genau da sogar gespawnt. Was denn? Was denn? Die Kiste mit so'n grün... Mit so'n grün hellleuchtendem Zeug drin. War das nicht hier? Echt? Mann, warte mal. Schmierpupel? Ey guck mal, guck mal. Ich trau mich nicht hier reinzuspringen. Das ist glaub ich nicht so geil. Grinchkacke. Ich guck gleich nochmal, wenn ich tot bin. Irgendwo. Guck mal. Hä? Ich muss eine Etage höher. Höh! Ich sag's doch! Eine Etage höher. Äh? Passt da bitte auf. Oh Alter. Stört man da sofort oder was? Ja, ich glaube schon. Ich hatte vorhin Full Life glaub ich. Ach krass. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin davon tatsächlich draufgeklettert. Kommt hier rausgebrochen. Noch, noch einen hoch. Ich möchte zu dem Steuerraddinger. Ja komm mit, komm mit. Hier. Ah, hier ist das. Eine Waffe. Was denn? Hi. Hi. Es geht überhaupt gar nicht. Mann! Kann mal jemand bitte die Titanic hier wegfahren? Ich will dich retten. Tobi? Wie komme ich von hier eigentlich wieder weg? Tobi? Was denn? Tobi, lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Tobi! Tobi! Bist du... Tobi! Bist du doof oder was? Wo ist denn dieses grüne Ding gerade gewesen? Hallo! Tobi nicht mehr. Leute, warum spricht der Tobi nicht mehr? Tobi? Der hat doch gerade gesprochen. Hä? Echt hat der gesprochen? Tobi? Bist du doof oder was? Hä? Spricht der jetzt nicht mehr? Der sagt doch gerade, bist du doof oder was? Tobi. Oder hörst du ihn gar nicht mehr? Tobi, warum hast du gar keine Wache? Was hast du da? Tobi? Was hast du da? Ich glaube, ich hör' dich nicht mehr. Hä? Das ist meine Disco-Kronate. Guck. Tobi lebt noch, aber ich hör' dich nicht mehr. Tobi immer noch. Bäh! 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 Ey, das war nicht nett. Ey, das war nicht nett. Ja, siehste. Was ist das? Tobi, das Leben, wenn wir im Wasser sind, das zieht Leben ab, ne? Also für alle jetzt. Boah! Alter! Leute! Ey! Ehrig ist es! Ehrig ist es! Du Sau, Sau! Komm jetzt hier! Komm! Wau! 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 Boah, von beiden Seiten! Ihr seid so scheiße! Boah! Ich wollte gerade mit der Giftspritze schön durch die Gegend laufen. Boah! Die Giftspritze ist scheiße! Ey! Hat noch keiner diesen Hook benutzt? Ist eigentlich gut, man darf sich aber nicht erwischen lassen dabei. Ist da noch keiner, der Traitor diesen Hook benutzt? Oh scheiße, das kann ich den auch nicht benutzen, weil ich das gerade gesagt habe. Ich wollte mal die Giftspritze benutzen. Hä? Was ist das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das? Schön wie cool warst du das? Ja. Das war fast glaube ich, ne? Sollte die Scheiße. Pan, guck mal mit, guck mal Pan. Du hast mich gerade genannt? Ich wollte hier versuchen hochzugehen, Curry guck mal. Pan, Pan, guck mal. Nein, 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 guck mal, guck mal. Nein, 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 Pan guck mal. Tschüss! Guck mir mal zu bitte Pan, guck mal. Ähm. Warum? Was ist das? Was ist das denn? Das geht einfach so. Okay, ich dachte also niemals draufgehen, niemals. Achso, war das die Luke wieder? Ja. Das war das Trampolin. Die Luke ist voll geil. Hä, das Trampolin ist Todes. Boah, voll geil hier. Was denn? Voll geil. Also ich bin, ich bin innocent. Ich bin auch innocent. Ich bin so innocent, Leute. Mir kann nix passieren hier. Ich bin hammermäßig innocent. Ich bin hammermäßig innocent. Wie man einfach gar nix passieren kann. Wenn jemand nicht glaubt, ne, dann bin ich, also ganz ehrlich, dann bin ich enttäuscht. Also ich wäre jetzt einfach mal kollektiv dafür, dass wir uns zu dritt zusammentun und einfach Curry erschießen. Also ich bin sowas von innocent. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich bin McCurry. Alles klar. Boah. Ähm. Was hab ich gemacht? Das war da hinten. Das war ich gar nicht. Ne, ich hab den Kopf gedrückt. Schwarzenegger? Huch. Dahinten ist Licht angegangen. Guck mal. Schwarzenegger. Pan ist es. Pan. Da geht voll die Warnung an. Ja. Ja. Pan ist es. Pan ist es sowas von. Ach du Scheiße, Pan. Du bist ein Traitor. Ich find's voll geil. Pan, ey. It makes me very happy, you know. Wo? Pan? Wo bist du? Ja. Ich muss irgendwo da hinten sein, Tobi. Die war in dem Mast da hinten, wo du ihr gezeigt hast. Echt? Ja, ja. Aber ob die da neu ist, weiß ich nicht. Jetzt hab ich endlich mal ne Waffe, ey. Hey, Pan. Wo gehst du denn hin, Pan? Hast du gesehen? Da oben, die schwebt gerade. Die hat nen Jetpack. Hahahaha. Hiii. Huuu. 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 Was war denn jetzt los? Was ist denn da passiert? Huuu. 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 Hey, wie gold ich dir nicht senden? Huuu. Ne, wat wurde der Tobi? Tobi welche wolltest du? Tobi, wollte Pokémon Namen. Weiß ich nämlich. Ach so, aber die Folge ist doch schon zu Ende. Wir müssen trotzdem schnell voten für die nächste. Ok, Pokémon. Ich hab' da keine Ahnung von. Dynamic gefäll' mir aber echt gut. Es ist ja auch nur noch eine Folge, die wir machen können, weil Tobi ja auch mit dem Hals hat. Wir müssen ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Stimmt. Stimmt, Tobi braucht ne Borchlagische. Temью, wenn du den hast. Vielen Dank für zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich bin gespannt, die wir gespannt immer noch am Map testen. Voll geil. Tschüss Achso, tschüss Ja, tschau Hey, hey, hey